Hi Leute, heute bauen wir mal wieder eine richtig schöne Animation mit CSS ohne JavaScript. Und zwar ist das ein Menü, was sich wie folgt aufklappt. Also die einzelnen Elemente, die werden hier sozusagen so ausgefahren, haben verschiedene Winkel und auch verschiedene Verzögerungen, wenn ihr euch das mal genau anschaut. Also der hier, der ist sozusagen als erster draußen und der hier ganz am Ende. Ja, das sind hier übrigens Links. Ich kann da auch durchtappen hier und dann halt auf den Link gehen und mit Shift-Tab kann ich zurückgehen und jetzt hier zum Beispiel mit der Leertaste, dass sie wieder schließen. Und wie geht das überhaupt hier ohne JavaScript? Ja, wir werden den sogenannten Checkbox-Hack verwenden. Das habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich jetzt mal hier oben rechts. Und da geht es sozusagen darum, dass man den Zustand, ob dieses Menü offen ist oder nicht, einfach mit einer Checkbox kodiert und den entsprechenden Zustand, den bekommt man halt mit der Pseudoklasse checkt. Insofern braucht man hier tatsächlich gar kein JavaScript, um das hier zu realisieren. Kontext ist hier so ein bisschen die Nachricht, die letztens die Runde gemacht hat, dass jetzt so langsam auch trigonometrische Funktionen in CSS Einzug finden, also Sinus, Cosinus und so weiter. Und dass das halt ein Anwendungsfall dafür ist. Das ist hier aber gar nicht nötig. Also diese Animation kann man mit ganz normalen CSS-Transformationen bauen. Das ist hier tatsächlich auch schon die Zeile, die das im Wesentlichen macht. Das werden wir uns jetzt also im Detail anschauen. Und das Ganze ist auch relativ gut skalierbar. Also wenn ich jetzt hier in meiner HTML noch drei Links derselben Bauart hier hinzufüge und jetzt hier an einer Stelle nochmal die Anzahl erhöhe in meinem CSS-Code. So, das speichere ich ab. Und dann ist es so, dass ich hier eben acht Elemente habe, die perfekt auf dem Kreis angeordnet sind. Also insofern, das sind hier nicht irgendwelche hart codierten Zahlen, die ich jetzt hier sozusagen eingetragen habe. Nee, das funktioniert wirklich nach einem einheitlichen Prinzip. Okay, wir starten mal mit der HTML. Da haben wir einfach eine unordered List, ja. Und da packen wir jetzt eben ganz viele Listen-Elemente rein. Und in jedem Listen-Element ist ein Link. Und weil ich jetzt hier nicht wirklich Links habe, lasse ich das einfach mal sozusagen hier generisch. Und was da reinkommt, ist jeweils ein Emoji. Zum Beispiel den hier. Und das kopiere ich jetzt einfach mal hier runter. Und jetzt haben wir fünf von diesen. Und jetzt ersetze ich nochmal kurz das durch andere Emojis. Alright. Und wir brauchen jetzt auch noch diesen Toggle, ja. Und das soll sozusagen in das Level-Element rein. Deswegen brauche ich hier noch einen Container. Das ist mal ein div mit der Klasse Menü-Container. Und entsprechend, da kommt diese UL rein. Und in dieser UL gebe ich noch die Klasse Menü. So, wenn ich das jetzt abspeichere, wird das formatiert. Das ist, weil ich hier beim CodePen eingestellt habe. Settings, Behavior, Format und Save. Das ist halt sehr praktisch. Da muss ich mich da nicht sozusagen selbst drum kümmern. So, und jetzt kommt dieser Checkbox-Hack. Also normalerweise würde man jetzt vielleicht einen Button hier machen. Und dann halt in JavaScript sagen, was passiert, wenn ich auf diesen Button raufklicke. Aber der Witz ist, das brauche ich nicht unbedingt. Und zwar kann ich das auch wie folgt machen. Ich mache eine Checkbox, also einen Input vom Typ Checkbox. Ich muss dir ja noch ein ID geben. Das ist in diesem Fall Menü-Toggle. Und jetzt brauche ich ein Label für eben diesen Menü-Toggle. Und dann packe ich jetzt auch mal ein Emoji rein. Ja, zum Beispiel dieser Blitz hier. So. Und das hat halt den Vorteil, dass wenn ich jetzt auf diesen Blitz draufklicke, dann wird die Checkbox aktiviert oder deaktiviert. Und der Trick ist natürlich gleich, dass wir die Checkbox eben ausblenden. Und je nachdem, ob sie jetzt aktiviert ist oder nicht, machen wir was mit diesen Items hier. Also das ist sozusagen die grundlegende Idee von diesem Checkbox-Hack. Ja, und aus Gründen der Accessibility, sprich Barrierefreiheit, sollte man hier noch sagen, was jetzt dieses Label genau hat. Weil zur Zeit steht hier nur Blitz. Das weiß man natürlich dann nicht, was es bedeutet. Also geben wir ihm nochmal ein Area-Label-Toggle-Menü. Und das schon mal als Disclaimer. Also um es wirklich accessible zu machen, braucht man auch JavaScript. Aber es ist natürlich trotzdem schön zu wissen, dass es hier zumindest eingeschränkt auch ohne JavaScript funktioniert. Okay, und das ist schon die gesamte HTML. Das heißt, jetzt werde ich mal die HTML hier einklappen. Daraus gibt es sowieso. Brauchen wir ja nicht. Dann können wir uns hier auf die CSS konzentrieren. Und genau gesagt werde ich hier SCSS benutzen. Das heißt, hier im Zahnrad in den Einstellungen wähle ich noch SCSS als Pre-Prozessor aus und speichere das ab. Ihr müsst euch jetzt aber nicht unbedingt damit auskennen, weil ich werde die Konzepte erklären. Und grundsätzlich ist es so, dass jede gültige CSS-Klasse ist auch eine gültige SCSS-Klasse. Und wir werden aber noch weitere Features jetzt gleich haben, die sehr, sehr, sehr praktisch sind, um uns ein bisschen Code-Duplication zu sparen. Also, aber erst mal ganz einfach. Wir machen den üblichen CSS-Reset hier mit Emmet-Abkürzung, um uns das ein bisschen einfacher zu machen. Ja, und jetzt müssen wir gleich mehrmals sagen, dass ein Element eine Flexbox ist mit JavaScript-Content-Center und Align-Item-Center. Also das Übliche, was man halt macht, um in einem Parent zu sagen, dass alle Elemente halt in der Mitte sein sollen, vertikal und horizontal. Und SCSS bietet es halt an, dafür ein sogenanntes Mixen zu definieren. Also Add Mixen. Das nennen wir mal Flex-Center. Das ist wie so eine Funktion, wo ich jetzt einfach mal Zuweisungen reinschreiben kann. Zum Beispiel eben das, was ich gerade gesagt habe. Also Justify-Content-Center in der Flexbox und Align-Items-Center. Und wenn immer ich das brauche, insbesondere auf mein Buddy jetzt hier gleich, kann ich einfach schreiben Add Include Flex-Center. Und die Klammer noch. Ich könnte hier auch Argumente letztlich übergeben, aber ja, das brauche ich jetzt in diesem Fall nicht. So, jetzt muss ich das noch so groß machen, wie es nun geht. Also 100 View Height. Und dann ist das hier genau in der Mitte. Okay, dann kommen wir mal zu unserem Menü-Container. Also wir wollen alle Elemente da drin absolut positionieren. Halt in Relation zum Menü-Container. Das heißt, da sagen wir Position Relative. Und auf alle Elemente sagen wir jetzt hier Position Absolute. Also das ist jetzt hier SCSS-Syntax. Und ich kann auch mal zeigen, hier oben View Compile CSS, wie das aussieht. Also das ist auch problemlos möglich, das einfach per Hand in CSS zu schreiben. Aber mit SCSS kann man halt das hier schon schachteln. Übrigens, das wird auch demnächst in normalem CSS unterstützt. Aber das haben halt noch nicht alle Browser. Deswegen fände ich jetzt hier das nochmal mit SCSS. So, und jetzt möchte ich sowohl das Label für unsere Checkbox, als auch diese ganzen Li's, die jetzt hier auch übereinander liegen, weil sie Position Absolute haben, gleich stylen. Das heißt, ich will die hier mal an mit Label und Li. Die will ich alle so stylen, dass die halt eine feste Breite haben und eine feste Höhe. Dann sollen die rund sein. Also Border Radius ist 50%. Und Background Color, sagen wir mal, das ist Steel Blue. Und als Schriftfarbe wegen wir mal weiß. Wobei das jetzt natürlich wegen der Emojis keine Relevanz besonders hat. Aber wenn man jetzt den Text hätte, wäre es natürlich gut, wenn man da eine weiße Schrift hat. So, ein Cursor Pointer, damit wir dann einen besseren Cursor bekommen, wenn ich darüber gehe. So, jetzt sehen wir schon, das ist noch nicht so gut. Das liegt halt zum Beispiel daran, dass wir die Elemente natürlich jetzt zentrieren möchten. Und das heißt, ich kann hier wieder mit Mixing verwenden, Add Include Flex Center. Und was der SCSS Compiler daraus macht, das kann man ja auch mal kurz mal hier sich anschauen. Der fügt einfach die Sachen hier hinzu. Also wie gesagt, es ist problemlos möglich, das auch mit normalen CSS zu schreiben. Eben genau das, was hier steht. Aber mit SCSS ist es ein bisschen einfacher. Außerdem ist das hier noch ein bisschen klein. Also sagen wir mal hier auf unserem Menü-Container ist die Font Size 2 RAM. Ja, und auf jeden Fall wollen wir auch die Elemente innerhalb von diesem Menü-Container nicht halt mittig haben. Also auch hier sagen wir, Include Flex Center. Ich hatte mich hier noch vertippt, die Breite soll nicht 4M sein, sondern 4RAM. Okay, und dann sind sie auch hier kreisförmig nicht mehr ellipsenförmig. So, es ist so, dass hier unser Label ist genau in der Mitte, aber das Menü noch nicht. Das heißt, beziehungsweise die Elemente daran noch nicht. Es ist zwar so, dass hier das Menü ist, aber die Elemente fangen dann sozusagen da auch an und gehen dann halt hier lang. Das heißt, eigentlich müssen wir sie auch noch darin zentrieren. Das heißt, hier auf das Menü setzen wir auch noch unser Mixing, ja. Und dann liegen wirklich alle genau übereinander und sind mittig. So, jetzt habe ich hier noch diese blaue Unterlinie, weil das halt ein Link ist. Das mache ich mal fix weg, ja. Ja, also Text Decoration None. Außerdem, wenn ich das fokussiert habe, also mit der Tab-Taste, dann will ich da keine, ja, das sieht man jetzt noch nicht, aber ich will auf jeden Fall keine Außenlinie haben, das werden wir später anders lösen. So, jetzt haben wir hier ein Problem, und zwar das Label ist nicht mehr zu sehen. Das sollte aber ganz oben sein, ja. Das liegt einfach daran, dass ja das Label in der HTML zuerst kommt, danach kommen die LIs und die liegen sich dann einfach da drüber. Ja, und das können wir halt verhindern, indem wir hier sagen, die LIs, die haben halt einen Z-Index von minus 1 zum Beispiel. Und damit das jetzt nicht hinter andere Elemente geht, die sonst noch so irgendwo auf der Webseite hier sind, sagen wir mal hier Isolation, Isolate, das sorgt dafür, dass jetzt die Z-Index hier sozusagen nicht rausgehen. Also, sie beziehen sich dann immer nur auf diesen Menü-Container. Also, hier unser Menü-Tockler, wenn der halt checked ist, ja, vielleicht schauen wir uns kurz nochmal die HTML an, dann hat der ja hier als Sibling das Menü. Ja, nicht direkt das Sibling, aber er ist auf derselben Ebene, und deswegen bekomme ich den hier mit tilde. tilde.menu. Und da will ich jetzt reingehen auf die LIs, und die möchte ich jetzt stylen. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, Transform, Translate, X, 5RAM, also damit ich die jetzt alle sozusagen nach außen verschiebe. Ja, und so kann ich tatsächlich das hier verändern, die Position. Ich könnte jetzt hier auch noch eine Transition festlegen, sagen wir mal 250 Millisekunden, auf die Transform-Eigenschaft, Ease-In, Out, und dann sieht das auch noch ein bisschen schöner aus hier, ja. Und das ist jetzt die Idee, wie wir das jetzt machen. Aber wir wollen natürlich die LIs jetzt in einem Kreis anordnen. Und wie machen wir das? Sie müssen halt einen Winkel haben, der ist erstmal standardmäßig, sagen wir mal 0 Grad, und außerdem eine Distanz, erstmal auch nur 0 RAM. Und die Idee ist, dass wir hier, in diesem Fall, ja, setzen wir die Distanz einfach mal höher, sagen wir mal 10 RAM, das können wir uns später auch noch angucken, was da vielleicht besser passt. Aber das ist so die Idee. Und abhängig von diesen CSS-Variablen stylen wir jetzt eben hier ganz allgemein das Li-Element. Und zwar machen wir das so, genauso wie vorher, also wir setzen hier ein Transform, und wir können ja zum Beispiel mal Translate X machen und jetzt hier unsere Distanz-Variable einsetzen mit wahr. Dann hat das eigentlich denselben Effekt wie vorher, ja. Aber wir müssen jetzt noch eben diese Rotation bezüglich dieses Winkels hier einbeziehen. Aber dafür müssen wir ja erstmal diese Winkel definieren, weil die sind ja zur Zeit eine 0. Das heißt, ich könnte jetzt hier sowas schreiben, li-enth-child-1, sage ich, dass der Winkel 0 ist. Und bei 2 ist der Winkel dann 45 Grad, der nächste dann 90 Grad. Ja, und anstatt man das hier per Hand tippt, was natürlich ein bisschen nervig ist, kann man in CSS eine Schleife schreiben. Das kann natürlich CSS nicht und auch nicht in naher Zukunft. Deswegen ist es halt hier echt sehr praktisch hier. So, die Syntax ist so, add for, jetzt eine Variable, die muss immer mit einem Dollar anfangen. From 0 to 5. To 5 heißt, dass 5 exklusive ist. Das heißt, die Indizes, die hier durchgegangen werden, sind 0, 1, 2, 3, 4. Und das sind genau die, die wir brauchen. So, jetzt geschwerte Klammern. Und jetzt kann ich hier irgendwas machen. Und ich will halt, wie gesagt, ens-child benutzen. Und jetzt kann ich hier leider nicht das machen. Und zwar muss ich das noch vorher umwandeln in einen Wert, der von CSS auch verstanden wird. Und das geht halt mit Raute und dann geschweifte Klammern und dann den Wert da reinpflanzen. Aber das ist nicht ganz richtig, weil die fangen ja immer bei 1 an. Das heißt, wir müssen hier noch 1 addieren. Ich habe hier das erste Kind, das zweite Kind und so weiter. Ja, und jetzt kann ich halt den Angle definieren. Und das ist ja gerade jetzt 45 Grad mal der Index. Also Index mal 45 Grad. Jetzt muss ich das wieder umrechnen. Etwas, was CSS versteht auch. Können Sie auch gleich mal angucken, wie das Kombinat dann aussieht. Machen wir das mal. Also hier Compile CSS. Und dann sehen wir das hier sehr schön. Also das erste Kind hat 0 Grad, das nächste 45 Grad, das nächste 90 Grad. Also es wird immer 45 Grad addiert. Und ich muss das hier nicht per Hand tippen. Auch nicht das Schachteln. Das wurde jetzt hier automatisch gemacht, weil ich das ja hier bereits im Menü drin habe. Jetzt muss ich das halt hier berücksichtigen. Und der Witz ist, ich muss erst rotieren und dann verschieben. Wir können uns ja mal anschauen, was passiert, wenn ich das nicht mache. Also ich verschiebe erst und rotiere dann. Rotate. Und jetzt hier mein Angle. Dann ist es halt so, dass die hier auch immer noch übereinander liegen. Sie haben sich sozusagen erst rotiert, nachdem sie schon verschoben worden sind. Dann drehen sie sich halt hier irgendwie. Aber das sorgt auch dafür, dass sie alle noch an derselben Position sind. Das geht nicht. Man muss erst rotieren und dann verschieben. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Und wie man sieht, ist das hier ein großer Unterschied, ja. Ich merke gerade, ich habe hier noch einen doppelten Emoji. Den ersetzen wir mal nach den hier. Okay. Jetzt ist es so, dass die aber rotiert sind. Und dann kann man sie auch nicht mehr so gut erkennen hier. Und ja, dann rotieren wir sie halt in die andere Richtung nochmal. Aber erst nachdem wir das jetzt schon gemacht haben. Das heißt hier am Ende. Rotate. Und jetzt minus der Winkel. Das muss ich in einen Kalkbefehl machen. Minus 1 mal der Winkel. Okay. Und jetzt haben wir hier die ursprüngliche Position oder Ausrichtung, kann man sagen, wieder erreicht. Und wir haben diese schöne Animation. Das liegt daran, dass wir hier diese Transition auf dem Transform-Attribut haben. Ja, und wenn man möchte, dass die jetzt hier nicht unten sind, sondern oben, dann kehrt man das natürlich genau um. Also dann macht man hier mit dem ersten halt, das mit dem Kalk und hier entweder weglassen oder halt mit plus 1. Das läuft natürlich auf dasselbe hinaus. Das funktioniert ganz gut. So, und jetzt kommt der Feinschliff und zwar die Verzögerung. Die machen wir nämlich auch abhängig von dem Li-Element. Das nennen wir entsprechend mal Delay. Das ist standardmäßig 0 Millisekunden. Und dann können wir halt hier sagen, dass wir hier ein Transition-Delay haben von dem Delay. So, wenn ich das jetzt zum Beispiel mal überall auf 500 Millisekunden legen würde, dann würde das einfach langsamer reagieren. Aber die Idee ist, dass wir das jetzt auch wieder abhängig machen von dem Index. Also hier in meiner Schleife, da sage ich Delay. Und da sagen wir mal jetzt mal i mal, da kann man jetzt ein bisschen rumspielen, was da gut ist. Sagen wir mal 50 Millisekunden. Und ich muss das wieder umwandeln. So. Das bedeutet jetzt, dass der erste hier schneller ist, also beziehungsweise gar keine Verzögerung hat. Der nächste aber 50 Millisekunden, der 100, 150, 200. Genau. Das können wir uns natürlich auch mal hier ansehen. Hier wird das halt alles berechnet. Okay. Da sieht der schon mal ziemlich gut aus. So, jetzt ist es so, dass die Checkbox immer noch da ist. Es ist nur so, dass das Label sich halt da drüber legt. Aber das ist sozusagen nur ein Zufall, dass wir sie gerade nicht sehen. Wenn wir nicht zum Beispiel das hier mal andersrum machen sollten. So. Das heißt, die Checkbox kommt danach. Dann sehe ich die Checkbox hier immer noch. Und das muss ich natürlich vermeiden. Also lassen wir das ruhig mal in HTML so, um jetzt das gleich zu testen. Und die Idee ist, dass wir hier noch einen Mixer hinzufügen. Definieren wir das mal ruhig hier ganz oben auch. Was man halt dann wieder verwenden kann. Das heißt, Visuality Hidden. Also das ist sozusagen nur Screamier, das erkennen. Aber als halteter User sieht man dieses Element dann einfach nicht. Und die Idee ist, dass man das absolut positioniert. Und ganz weit nach links tut. Ja, zum Beispiel 100 View Width oder zehntausende Pixel. Ist egal. Dann macht man es ganz klein noch. Mit Overflow Hidden verhindert man, dass da was rausguckt. Und das ist es eigentlich schon. Und das wenden wir jetzt hier an auf unsere Checkbox. Die hatten wir ja schon unten hier angefangen zu stylen. Also unser Menü-Togler. Und dann sage ich einfach hier, Add Include Visually Hidden. So, und jetzt ist sie nicht mehr zu sehen. Aber sie ist noch da. Und insbesondere kann ich auch darauf fokussieren mit der Tab-Taste. Aber das sehe ich zur Zeit noch nicht. Das muss ich noch natürlich besser hier machen. Aber bevor ich das mache, können wir mal noch den Code hier so ein bisschen vereinfachen. Und zwar ist es halt in SCSS so, wenn ich hier diese Wiederholung habe, muss ich das nicht nochmal hinschreiben. Dann kann ich einfach diesen Und hier, dieses Und-Symbol verwenden. Dann kann ich das also so ein bisschen kürzer schreiben hier. Also wie mache ich das jetzt mit dem Fokus? Ich wähle hier meinen Menü-Togler an und sage halt, wenn ich darauf fokussiert bin, also Und, Fokus, dann will ich das Label anwählen, was danach kommt. Okay, das heißt, wir sollten jetzt das hier doch ruhig nochmal umdrehen in der HTML. Also man braucht das nicht unbedingt, wenn man den Has-Selector hat, aber der ist halt immer noch nicht in Firefox unterstützt. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so und sagen, dass der jetzt halt einen Border bekommen soll, zum Beispiel von 0,2 RAM, Solid und so ein sehr, sehr dunkles Grau. Und jetzt kann ich hier jetzt reingehen und die Tab-Taste drücken und bin jetzt wirklich, ups, hat nochmal neu geladen, auf dieser Checkbox fokussiert und kann insbesondere sie anwählen mit der Leertaste. Ja, und auch wieder abwählen mit der Leertaste. Und das sorgt also dafür, dass das hier mit der Tastatur bedienbar ist. Und das ist halt ein guter Beitrag hier für die Accessibility. Ja, und bei den anderen sollten wir das aber auch so machen. Also wenn ich das jetzt hier habe und ich jetzt Tab drücke, dann bin ich eigentlich auf dem ersten Nickel fokussiert. Das sieht man aber noch nicht. Ja, das heißt hier bei unseren LIs, da sage ich jetzt noch, vielleicht machen wir es mal breiter, ist ja schon sehr viel hier. Wenn ich darauf fokussiert bin, genauer gesagt nicht auf das Element selbst, sondern auf ein Element da drin fokussiert. Ja, und das ist die tolle Klasse Focus Within. Also wenn ich auf den Link da drin fokussiert bin, dann will ich halt auch hier diesen Border. Und wenn man will, kann man da natürlich jetzt noch, um Code Repetition zu vermeiden, ein Mixen oder sowas verwenden. Das mache ich jetzt aber auch noch nicht. So, das bedeutet also, ich kann jetzt hier durchtaben. Das funktioniert noch nicht. Achso, das geht nicht, weil ich hier gerade im Menü drin bin. Ich muss aber hier in die LI-Klasse reingehen. So, speichere ich ab. So, und jetzt kann ich hier auf den nächsten Link fokussieren. Bzw. das konnte ich auch schon vorher, aber jetzt sehe ich es halt. Und das ist natürlich wichtig für die Accessibility auch. Und mit Enter kann ich entsprechend zu diesem Link gehen, wenn das jetzt ein echter Link wäre. Und wie gesagt, mit Shift-Tab kann ich zurückgehen und jetzt mit Leertaste dieses Menü auch wieder schließen. Wo ich das hier gerade sehe, hier haben wir noch so eine gewisse Wiederholung. Das kann man auch hier einfach in diesen LI-Blog reinpacken. Und dann muss man hier nicht mehr das hier hinschreiben, sondern man kann einfach und schreiben. Also das ist jetzt so ein bisschen, ja, stilistisch eine Entscheidung, die man machen kann. Okay, ich sehe gerade hier, das sollte eigentlich nur sein, wenn ich mit der Tastatur darauf fokussiere. Okay, das kann man machen hier mit Focus Visible. Dann wird das also nicht hier aktiviert, wenn ich mit der Maus damit interagiere. Okay, das sieht schon mal besser aus. Aber wenn das das 2 ist, ist es halt so, ne? Das ist Focus Visible. Das ist der Unterschied zwischen Focus Visible und Focus. So, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass es noch schön wäre, wenn halt auch die Deckkraft, sprich die Opacity animiert wird. Und, dass sie jetzt halt 0 ist und am Ende halt 1 ist. Das heißt hier, sagen wir mal, dass diese LIs alle eine Opacity von 0 haben. Okay, und jetzt hier, wenn die sozusagen ausfahren, da sage ich jetzt, dass die Opacity 1 ist. Und damit es animiert wird, muss ich jetzt hier, da, wo ich hier sage, es gibt eine Transition, da muss ich jetzt auch noch sagen, dass das nicht nur sich auf die Transform-Eigenschaft bezieht, sondern auch, was die Opacity-Eigenschaft angeht. Und sagen wir mal, mit derselben Zeitfunktion. Na, und das sieht noch ein bisschen schöner aus, finde ich. Wir können das auch noch mal ein bisschen langsamer machen, damit wir hier ein bisschen besser was stehen, wie das hier funktioniert und vielleicht dann auch hier den Delay mal erhöhen. Ja, das ist im Prinzip die Animation, die wir jetzt hier gebaut haben. Man kann das witzigerweise auch abbrechen zwischendurch, da ist CSS sehr flexibel. Das könnte man nicht so einfach mit JavaScript bauen, ne? Aber der Browser macht das hier für uns. So, jetzt haben wir ja als Zeitfunktion EaseInOut genommen und da gibt es aber noch viele andere, die man mal ausprobieren könnte. Und ich bin ja auf cubic-bezier.com, das ist eine richtig praktische Seite, um so Bezierkurven zu konstruieren. Und was ich will, ist, dass diese Icons sozusagen nicht einfach auf die Position zugehen und dann halt zum Stillstand kommen, sondern ein bisschen darüber hinausgehen und erst dann einfach zu ihrer Endposition kommen. Das heißt, das hier mache ich so. Also das fängt relativ schnell an. Müssen wir also gleich noch die Dauer erhöhen, damit das hier nicht so schnell aussieht. Und dann geht es ja einmal rüber, also über 1, über 100%. Und dann kommt es halt langsam hier an den Endzustand. Also da kann man jetzt ein bisschen rumspielen, was einem gefällt. Ich mache jetzt einfach mal das und dann kann man sich auch anschauen, wie das aussieht. Ich kopiere das mal. Bei dieser Zeitfunktion, ja, das ersetze ich jetzt. Opacity, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Da lasse ich einfach mal Ease, In, Out. Und schauen wir uns das mal an. Ja, jetzt sieht man das, dass sie sozusagen erstmal rausgehen. Und hier halt umgekehrt genauso. Das werden wir gleich noch anders machen. Also der geht hier erstmal raus und dann wieder, oder dann erst an seiner richtigen Position. Ich mache das mal wieder ein bisschen schneller hier. Sagen wir mal, jetzt halte ich 5 hier. Ja, das sieht ziemlich cool aus, finde ich. Machen wir mal das ursprüngliche Tempo, also 250 Millisekunden. Und hier entsprechend auch. Und hier muss ich dann die Delay nochmal halbieren. Also so sieht das jetzt hier aus. Also ich finde die Animationen, wie es rauskommt, schon sehr, sehr schön. Aber die Animationen, wie die Elemente wieder reingehen, das stört mich ein bisschen, dass die hier sich so ein bisschen tummeln. Und ja, wie machen wir das? Das können wir zum Beispiel so machen, indem wir halt sagen, ja, okay, wenn es halt draußen ist und dann halt angeklickt wird, dann will ich eine andere Timing-Funktion nehmen. So, jetzt sage ich ja, das ist immer diese Timing-Funktion, egal welchen Zustand dieses Li hat oder irgendwelche Checkboxen, ja. Und das kann ich jetzt aber hier spezifischer machen. Und zwar gucke ich hier nicht auf den Check-Zustand, sondern auf den Nicht-Check-Zustand. Also mit Not kann ich hier eine Pseudik-Klasse verneinen sozusagen, weil sie nicht vorhanden ist. So, dann will ich hier auf das Menü und das Li gehen da drin und jetzt hier eine andere Timing-Funktion festlegen. Also Transition, Timing-Funktion. Und wir können ja mal linear ausprobieren. Einfach mal anschauen, wie das aussieht. Und warum Nicht-Checked? Naja, jetzt ist es zwar Checked, aber wenn ich jetzt raufklicke, dann ist ja der Zustand Nicht-Checked. Genau dann möchte ich halt diese andere Timing-Funktion hier verwenden. Ja, das sieht ein bisschen langweilig aus, würde ich sagen. Wir können ja mal Ease einfach mal probieren, ja, ob das besser aussieht. Ja, das finde ich sieht viel besser aus. Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach Frage des Geschmacks und ihr könnt natürlich auch einfach auf cubic-basier.com nochmal eine andere Basier-Kurve erstellen und die dann hier eintragen. Ich glaube, es ist ganz instruktiv, sich nochmal anzuschauen, wie diese Transformation hier eigentlich funktioniert. Also erstmal rotieren wir das genau um das Entgegengesetzte des Winkels. Jetzt sind sie immer noch alle in der Mitte, aber sie haben jetzt alle nur individuelle Rotation. Und weil sich das jetzt rotiert, bedeutet das auch, wenn ich das in X-Richtung verschiebe, dass auch die Richtung sozusagen sich ändert der Verschiebung. Also wenn ich das jetzt hier verschiebe, sagen wir mal 6RAM zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel den hier nehme, der hat sich ja vorher sozusagen umgekippt und er bewegt sich dann nach rechts. Das bedeutet, dass er in diesem Fall sich nach links bewegt, weil er sich eben vorher eben 180 Grad gedreht hat. Okay, dann hat man jetzt hier eine Variable genommen, aber das ist ja nicht weiter unterschiedlich so. Und dann stellen wir fest, ja, die sind jetzt hier irgendwie falsch gedreht in Sicht. Das heißt, wir rotieren sie jetzt nochmal, aber genau um den entgegengesetzten Winkel, also als den, den wir vorher hatten. Also das ist die Idee. Das Label habe ich hier nur gerade temporär ausgeblendet, damit man hier die Elemente auch am Anfang sieht. Ja, und man kann hier übrigens noch ein bisschen rumspielen und die Animation so ein bisschen anders machen. Und zwar könnten wir auch sagen, hey, ich habe hier gar keine Transform-Eigenschaft und die habe ich erst, wenn ich eben hier das angewählt habe. Das heißt, ich mache das so. Und die Opacity Formel und Label sollte ich mal wieder auf 1 setzen. So. Und dann sieht das hier noch ein bisschen interessanter aus. Und zwar kommen die sozusagen dann hier wie so eine Spirale aus. Und das liegt nämlich daran, dass jetzt nicht nur die Distanz animiert wird, weil das war nämlich vorher so, sondern das alles hier wird animiert. Und insbesondere wird auch die Rotation mit animiert. Sie ist also anfangs 0 und am Ende halt der jeweilige Winkel. Und deswegen sieht das hier so aus, als ob die von hier kommen und dann am Ende ihren Endwinkel erreichen. Also das ist auch ein schöner Effekt. Wenn man es so macht, würde ich vielleicht nicht mehr diese extravagante Cubic-Bizier-Zeitfunktion hier nehmen, sondern einfach Ease-In-Out. Das sieht dann halt, glaube ich, ein bisschen besser aus. Weil sonst passiert da irgendwie so ein bisschen zu viel, würde ich mal sagen. Also das ist eigentlich sehr nice. Ja, und das war schon alles so toll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit diesem Checkbox-Hack kann man natürlich noch sehr viele andere Sachen machen. Und mit dieser Idee, dass man halt Rotationen verwendet und danach eine Translation, kann man halt generell Elemente auf einem Kreis anordnen, ohne irgendwelche trigonometrischen Funktionen hier benutzen zu müssen. Alright, wenn ihr Fragen zu diesem Projekt habt, lasse ich mich gerne in den Kommentaren wissen. Und hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Video wieder, wenn wir wieder mit CSS etwas Schönes bauen. Bis dann!